ja alle leiten ich bin auf kommande das ist ja nicht so gut leider mit dabei ist nur ein der gerade schon nicht leise sein konnte jetzt darf man sagen er hat nichts mehr und denn hier um ja auch er da steht ich bin aus von hau und auch nicht oder er dürfen sich immer die Kiste wegnehmen noch die Rechten direkt und nach hinten mit dem und ein Jahrhundersatz sobald ich habe eine richtig geile Kiste bekommen oder noch eine und noch eine und noch eine und noch mehr Kisten und noch nicht ich habe das Downax und 3 Healing Portions ja auch ein Steirax hallo ein Jahr er hat ein Goldschwert gut hallo du scheiß da und das war ein sehr hoch ah alle Loll und die hat geschlagen die haben sie versucht oder ich bin auch fast so ja ich nicht ich habe gar kein Leben verloren ich habe ihn aber auch getötet und wer essen ich habe ihn auch einmal hat er ein kleines Stück zu mampfen habe ich richtig ihr lauft alle an der Kiste ist mir egal ich will ihn erst mal killen er ist tot Neul ist immer noch an der Kiste obwohl ich ihn die ganze Zeit von hinten bockse das geht also auch hier auch das kommt die da oben in die Burg ich kenne da da sind ein paar Kisten ich habe auch zwei Healing Portions 3 ich habe gar keine geht hier runter ach warte wer auch Schuhe ich hier haben ich habe gar nichts da rüstung ich habe auch hier haben die Schuhen in die Schuhe ich habe mich wer will meine Steinhardt ich habe selber eine oder die Erspitzacke ja ich habe mich nicht nur Goldschwerter hier so die nämlich hier kriegst du gut ich bin und 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 um wenn ich nicht ja auch so schnell wie Sonnachst die Spitze nicht besser ist sogar noch schneller recht und ich habe gesagt dass ich nicht so viel fahren die macht genauso wichtig haben die erste steinschwert ja aber Prozent wenn jemand jetzt ein Schwerter ist besser da ist einer ich weiß nicht wo ihr seid doch ich weiß nicht wo ihr seid aber ich kann gar einfach unten die Tonne runter Achso, lol, hab ihn gekillt, schädig mir nicht bin jetzt bei Mino 5 aber jetzt kann ich auch da und nicht Lava, also aufpassen na komm, wartet, ihr seid diesen Tunnel runtergegangen, ne? welche Richtung, rechts oder links? ne 2, äh, keine Ahnung ich habe einen Steinschwert, wenn niemand will was mich wundert, warum sind hier alle Türen offen, hier kann doch nicht jemand gewesen sein ich bin bei euch neid ich bin bei euch ich bin bei euch brauchst du noch Mut von mir was für welche, ich habe nur Lederstiefel achso, ok, ok, die hab ich auch ich hab auch, äh, ich hab noch viele Leute, hier isst nix, äh es braucht nur irgendwer Kisten, äh, ich glaube, dann kommt ihr Essen, 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 Essen ich hab noch ein Kübis, ich brauche noch, ich hab noch zwei Rosenschweinefleisch ich hab einen Kübiskuchen, hier, nimm ich hab einen Kübiskuchen, hier, nimm ich will aber noch nicht ich meld mich, wenn ich es brauche komm, wir rennen weiter, ich glaube, hier eben, ja hier ist jemand, da ist jemand, Anni, das war auch so, dann warten, nicht drauf gehen, nicht drauf gehen, wo bist du? fach ich auch weh, ihr Töter ach, das ist das NEEEEEIN Bist du wie die Lava gefallen? ja, warum sagt ihr nix? ich kenn die Map nicht ich auch nicht, weil ich bin da trotzdem nicht reingefallen und jetzt auch so rumzurasten, Alter, du übersteuerer Alter, ich komm ja nicht weg ich auch nicht war schon? nein, man, jetzt gibt es diese Behindertenfallen und die Zuschauer, die diese Map kennen, denken sie fach nur ich kenn die Map zwar, aber ich kenn das, diesen Achtlein spring mal, spring, stell dich hier hin und spring ich spektate jetzt euch oh, warum sagt ihr auch nix, dass da la los, buste mich nein, du musst weiter nache es geht nicht, wir kommen ja nicht raus, wir haben verkackt dann buste mich halt nein, ihr kommt doch nicht raus los, höher, höher er ist was? ich spring von dir aus, ihr schlagt es ja, okay, los, 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 höher ja, du musst auch Au, wie ich du fasst... du musst auch ich war überall, was, was oben die ganze Zeit springen und nicht bewegen Alter, ich bin jetzt weg und sto... stopp! stopp! ich hab nochmal her ich habe sie halbes Ja, wir kommen hier nicht raus puediump faust, ne was auf jetzt denk ich lieber im Tron, no no, schle te ich immer mehr ein Mal in unserem Baum ich gestorben bin jetzt richtig hättet ihr gesagt dass dann aber der wäsche dran leben wenn ich jetzt schnell vor wie gewinnen aber ich habe es zu warten dass sie gegenseitig bekämpft haben noch voll viel wenig leben ihr müsst ja lass die das die sich einmal gegen mich bekämpft die rennen auch an mir vorbei hin und kämpfen kommen ich kann immer nicht auch team oder hier ja heute mein kind ist es 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 Achtung dem Meer wird sterben denke ich ich nicht komm rauf da oh mein Gott will ich das schafft das ist es 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 ich habe zwei Eisenschwerter oder ich habe auch ein aber mindestens der zum Beispiel der müsste doch meinen Schuss gesehen haben habe ich habe ich oder der war nicht nein ja ja ich kann noch ein Eisenschwert machen Kürbenskuchen ein paar Dinge die Paprika haben und wir hatten nur so eine Nübssache Hesergebnis Boren Echt das muss da als Titel schreiben kann die Billig Sachen zum Wind die Arunden ich habe in die ein ein da ist es die Lens nur ein Kampf ins St die denn eine Seite er ist alles am Ende mal oder hat schon den Archiv mit Feuerwehr ich muss man den löschen dafür sie haben noch nicht okay zwei zwei eins go ja ich bin auf die Militär Junge ich bin für die Militär Quatsch für Lian ja danke einmal bitte danke immer für den Schwächeren Schwächeren? Ich hab mehr Siegel, du hast du nicht mal ein Alter Junge wie war das nochmal für den Schwächeren? ja nein Hilfe ich hatte drei Leben, ich hatte sogar ein Leben Aua hey du kriegst zu viel ich hab halt Bogenskills aber nicht so gut gut, die deine sind noch ein bisschen besser die, die, ich hab nur anderthalb Herzen verloren okay ähm was ich muss noch kurz den Abschluss, hier hier ist ein Telefon den Armee mit Anrufen und so ja das hab mich gebettet und ich hab die Wette groß okay ja wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss tschüss tschüss